Servus, Grüezi und Hallo und recht schönen guten Tag wünsche ich. Ich bin der Baden-Farmer und heiße euch recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 auf der Playstation 5. Wir sind immer noch im Projekt, Neubartelsragen reloaded und ihr seht es, wir sind im Monat Oktober angekommen und das Wetter meint es nicht ganz gut mit uns. Obwohl, ich glaube in der Realität wären die Bauern froh, wenn es jetzt so genauso regnen würde wie jetzt bei uns hier auf der Map. Okay, schauen wir uns mal ganz kurz an. Unser Weizen... Aha, WLAN-Verbindung verloren. Okay, unser Weizen ist mittlerweile gewachsen und auch hier haben wir Unkraut auf dem Feld. Hier werden wir jetzt allerdings nicht in diesem Jahr das Unkraut bekämpfen, sondern ich will es mal ausprobieren oder mal schauen, wie sich das dann verhält, wenn wir bei einer etwas höheren Wachstumsstufe dann das Unkraut bekämpfen. Aber was ich mit euch machen will heute bei dieser Folge, in dieser Folge ist dieses Feld, das jetzt erntereif ist. Und ja, ich weiß, es ist praktisch beim Gras die erste Wachstumsstufe oder die erste Stufe erntereif. Man könnte es jetzt noch einen Monat stehen lassen, dann würde es noch ein Stückchen oder weiter wachsen und dann hätten wir noch einen höheren Ertrag. Aber ob es eben überhaupt noch im Dezember wächst, weiß ich jetzt gar nicht. Und das andere ist eben, unsere Kühe brauchen Heu und wir machen hier jetzt einfach mal den Schnitt, um zumindest schon mal ein bisschen Heu zu haben. Aber das können wir natürlich erst dann machen, wenn es hier aufgehört hat zu regnen und da schauen wir ganz kurz in unseren Wetterbericht. Und gegen 13 Uhr soll es dann eigentlich wieder etwas besser werden mit dem Wetter. Okay, aber in der Zwischenzeit zeige ich euch ein bisschen was anderes. Und zwar, es hat sich wieder mal ein bisschen was getan hier auf dem Hof. Ich habe hier schon mal ein bisschen wieder erweitert den Zaun, ein bisschen dekoriert, eine neue Halle. Und diese Halle, die verbirgt noch etwas, aber da kommen wir dann gleich dazu. So, auch hier ein paar Parkplätze angebracht für unsere Helfer, für unsere Mitarbeiter, für unsere Lohndienstleister. Ja, ich denke, der Hof entwickelt sich langsam. Auch hier ein bisschen, ein paar Blumentöpfe. Immer so schöne kleine Deko-Elemente. Hier haben wir einen Holzstapel. Ja, und so wird das langsam. Was ich auch gekauft habe, ist für unsere Paletten diesen Anhänger. Und mit diesem Anhänger können wir dann das Mehl wegbringen. Und das Tolle ist auch, so, so, na, mal kurz greifen, die Palette. Und selbst wenn der Anhänger nicht angeschlossen ist oder an einem Trecker hängt, können wir hier das Mehl verladen. Okay, Autoload macht das Leben etwas leichter. Und ich glaube, das können wir uns gönnen. Denn auf der anderen Seite, schauen wir mal, wir haben ja noch mehr Paletten zu erwarten. Bei unseren Hühnern, da tut sich auch was. Und es tut sich was, weil auch mittlerweile unsere Hühner Nachwuchs bekommen haben. Hier. So, jetzt haben wir mittlerweile 80 plus ein Huhn. Ja, da entwickelt sich was. Okay, sehr schön. Da werden wir also über die Wintermonate doch, denke ich, ganz schön hier Eier bekommen. Okay, was ich mit euch machen will, ist heute der erste Grasschnitt. Hier haben wir unsere Halle. Und ich hätte da schon mal ein bisschen was vorbereitet. Nämlich unseren Deutz mit einem Mähwerk. Front- und Heckmähwerk. Dann habe ich hier, weil, ne, das wäre jetzt die richtige Halle. Wir werden Heu machen wollen. Und dazu brauchen wir, oder dazu müssen wir das Gras, das wir dann gemäht haben, auch wenden. Deswegen hier dieses Gerät. Und in der Mitte steht der Fendt. Der hat dann einen Schwader. Damit können wir dann das gewendete Gras, das Heu, dann anschließend zu einer Schwad legen und dann mit unserem Ladewagen einsammeln. Okay. Wir werden jetzt ein kleines bisschen vorspulen, damit wir dann auch mit den Arbeiten beginnen können. So. Ah ja. Und jetzt scheint es aufgehört zu regnen. Sehr gut. Ging dann doch etwas schneller, als ich dachte. Okay. Dann gehen wir hier wieder zurück auf zweifach sollte reichen. Gut. Dann legen wir los. Die Sonne kommt raus. Da oben ist auch schon wieder der Ballon unterwegs. Wir fangen an und fahren mit unserem Deutz aufs Grasfeld. So. Bei diesem Mähwerk haben wir auch die Möglichkeit, sofort eine Schwad zu legen. Aber da wir ja im Wesentlichen immer Heu produzieren, macht das eigentlich jetzt im Moment weniger Sinn. Aber, ihr wisst ja, haben wir es besser als brauchen. Und deswegen werden wir jetzt erstmal das Frontmähwerk ausklappen, dann das Heckmähwerk ausklappen. Und die ausgewählte Arbeitsmethode oder der Arbeitsmodus ist Breitablage. Das seht ihr ja hinten, diese Klappen hier, die sind also jetzt oben. Und das heißt, wir werden eine Breitablage haben. Okay. Dann bringen wir den noch ein bisschen mehr in die Spur. Und werden vorne absenken, einschalten. Und hinten absenken und einschalten. Links unten kann man jetzt dann auch schon erkennen, die Anzeige für den Ertrag. Ja, da war es nochmal kurz grün. Jetzt wird es orange. Das heißt, hier haben wir keine ganz so guten Ertragswerte. Und so wie es aussieht, habe ich heute ein bisschen Probleme hier mit meiner WLAN-Verbindung. Habe gerade ein Update gemacht auf der Playstation. Und vielleicht hat es damit zu tun. Okay. Hinten aushebeln. Vorne aushebeln. Wir fahren ein Vorgewende. So. Ablassen. Und hinten ablassen. Ja, hier fahren wir dann gleich um die Kurve. Und nehmen auch ein bisschen Wiese vom Weg mit. Ja, also. Sehr schön. Ja, hier links kann man dann auch ein bisschen den Unterschied sehen. Zwischen dem behandelten Unkraut und dem frischen noch grünen Unkraut. So. So. Wieder hinten aushebeln. Vorne aushebeln. Wir fahren nochmal ein Vorgewende. Und dann werden wir den Helfer die Arbeit überlassen. Und ablassen. Weil dann können wir auch gleich mit unserem Lindner los. Und der Lindner, der hat ja eben den Wender hinten dran. Und dann können wir hier das gemähte Gras gleich zu Heu machen. Und wieder in die Spur bringen und den Helfer die Arbeit machen lassen. So, da haben wir unseren Fendt, der kommt dann auch gleich, aber jetzt erstmal den Motor anlassen. Und dann werden wir mit dem Lindner erstmal, sobald uns der Deutz entgegenkommt, das Gras wenden. Und dadurch trocknet es und das Gras wird eben zu Heu. Das Heu werden wir dann anschließend einsammeln. Und in Silo bringen, beziehungsweise ein Teil davon auch sofort zu unseren Kühen. So, auch hier, das Gerät hat meines Wissens eine Arbeitsbreite von knapp 9 Metern. Wir schauen nochmal nach. Nicht hier, sondern bei gekauften Geräten. Der Wender hat eine Arbeitsbreite von 8,60 Meter. Und ich glaube, da passt auch der Schwader ganz gut dazu, weil der hat 8,40 Meter. So, gut. So, ja, wir wirft das Gras schön hoch und dadurch ändert es die Farbe. Es wird hell und das hellgrüne Gras, das ist dann eben Heu. Noch ein bisschen. So, auch hier fahren wir das Vorgewende. Sehr schön. Ja, dann fahren wir hier wieder zurück. So, und unser Deutz macht das Wendemanöver. Sehr schön. Na komm, hopp. So. Dann bringen wir ihn hier auch in Position. Und lassen hier auch einen Helfer für uns arbeiten. Und dann steigen wir hier erstmal aus. So, die Halle, wie gesagt, die habe ich hier auch gebaut. Dann gibt es hier einen schönen Abschluss hier zu unserer kleinen BGA, die auch gut arbeitet. Und uns Gärreste produziert. Und in der Halle werden wir dann hauptsächlich unsere Großgeräte, Drescher, Häcksler und so weiter, werden wir unterbringen. Und unsere Traktoren. Und ich finde es schön geworden hier. Und auch ein bisschen hier mit Deko. Wir haben unseren Zaun gemacht. Und was wir jetzt praktisch noch übrig haben, ist hier diese Ecke. Und da wird sich natürlich jetzt die Frage stellen, wollen wir da zum Beispiel noch Tiere wie Schafe hinmachen? Oder habt ihr eine andere Idee? Eine Produktion oder irgendwas ähnliches? Also lasst oder schreibt es mir einfach mal in die Kommentare, was ihr da für eine Idee habt, was wir hier an der Ecke noch hier für unseren Hof platzieren könnten. Ja, jetzt aber erstmal in den Fendt, auch hier im Motor an. Und dann werden wir jetzt eine Schwad legen. Ja, mit drei Traktoren auf dem Feld, da geht es dann richtig zügig. So. Auch hier die Maschine ausklappen. Die verfügt bei 8 Meter, ich glaube 8,40 Meter hatten wir gesagt, über zwei Kreisel. Es gibt natürlich auch größere Schwader, aber ich denke, das reicht hier völlig aus für dieses Feld, für dieses Grasfeld. Ja, wie gesagt, mit dem großen Ertrag brauchen wir jetzt hier noch nicht rechnen. Aber wir werden mit Sicherheit hier einiges an Heu doch für den Winter bekommen, sodass wir also unsere Kühe aus Eigenbestand sozusagen über den Winter bringen können. Auch hier das Vorgewende abfahren. Sehr schön. Ja, dann geht es ja hier richtig schön vorwärts. Dann haben wir jetzt unsere Felder entsprechend angesät und wir machen hier den ersten Schnitt. Wir werden also jetzt unser erstes eigenes Heu produzieren. Unsere Mühle arbeitet, unsere BGA arbeitet, wir haben Tiere, Schweine, Hühner, die sie schon vermehrt haben und unsere Milchkühe produzieren Milch. So, sehr schön. Dann wird hier nochmal gewendet mit einer Omega-Wende. Und wir gehen in die nächste Bahn. Tja, und während hier der Deutz, der Lindner und der Fan, der alle drei Traktoren hier auf dem Feld beschäftigt sind und wir das Ganze hier noch zu Ende bringen werden, hoffe ich, dass ihr wieder ein bisschen Spaß hattet hier bei der Folge, beim Zusehen. Ich darf mich recht herzlich bei euch bedanken für diese Folge und sage wie immer als Baden-Farmer euch Tschüss, Ciao, Cheerio! Tschüss! 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 Tschüss!